So, warte, warte, warte. So. Okay. Boah, das fühlt sich richtig nach unten an gerade, ne? Äh, wo war denn jetzt das Eisen? Hier. Ah! Eins, zwei Mal. Da hinten geht's durch, ne? Ja. Ja, Redstone. Diamanten. Wirklich? Ich glaub, das sind welche. Guck mal her. Wo? Aber Achtung, da ist ein Creeper. Lund's mal da durch. Oh. Das könnte welche sein. Das links da wahrscheinlich, oder? Das rechts da auch. Und geradeaus. Okay, warte, wir müssen hier aber erst cleanen. Oh. Nein. Oh, Achtung. Bitte. Ja. Ja, Diamanten, komm mal her. Komm, komm, komm. Warte, 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 hier sind noch mehr. Nicht so schnell. Guck mal, wie die aussehen. Ich bin wach, jo. Guck mal, wie die aussehen. Guck mal. Oh, geil. Oh mein Gott. Ich will auch, will auch, will auch, will auch. Die Gier. Die Gier. Ey. Scheiße. Skelett kommt von oben, oder? Ja, I see. Das kommt doch nicht. Okay. Gehen erstmal kurz hier runter. Gold. Okay. Blicke auf den Boden. Ich habe einen Enderman gehört. Oh, shoot. Ja, ich höre ihn auch. Weg hier. Okay, ist eh Ende. Gott sei Dank. Wie viel hast denn du? Diamanten. Vier. Ich habe zwei. Das bedeutet zwei Spitzhacken. Ja, geil, sehr schön. Sechs Stück, ja, stimmt. Bruder, ich komme schon wieder nicht hoch. Ich bin zu blöd. Fuck, Skelett. Oh no. Hast du? Ja. Okay. Du bleibst zu lange in Sicherheit stehen, ne? Ja, ich musste erstmal da hochkommen, Alter. Da oben ist noch einer. Oh, geil, aber gefährlich. Achtung, laber, ne? Ich will, der hat mich vor... Oh, geil, der Stein spiegelt auch. Moment. Oh, da ist noch einer. Geil. Warte. Mach jetzt keinen Scheiß, Alter. Ne, alles gut. Der ist hier oben. So, vier Stück habe ich. Sehr geil, das sind acht. Okay, okay. Okay. Okay, langsam. Gehen wir mal hier lang, da hinten ist noch Eisen und so. Ja, das ist wieder jede Menge Eisen, kann ich schon sagen. Auch noch? Okay, sieht gut aus. Bis jetzt sieht es wirklich gut aus. Ja, so hat er Diamanten mitgenommen. Wo bist du? Da geht es wieder ordentlich auf. Da ist ein Lush Cave. Oh mein Gott. Mach das doch nicht. Holy shit. Ey, du weißt nicht, wie viel da runterkommt. Alter, ja, ich habe es gerade gemerkt. Das ist tödlich. Das ist mir einmal passiert in meiner ganzen Minecraft-Spielzeit, dass ich verschüttet wurde und dann gestorben bin. Aber auch nur einmal wahrscheinlich, oder? Deswegen sage ich, ich mache das nicht. Und dann nie wieder. Junge, Junge, Junge. Dann stelle dich halt neben die Kiesblöcke sozusagen. Immer da, wo über dir nichts runterfallen kann. Ja. Okay, wait a minute. Ich, ich tue mal ganz kurz scouten hier. Mach das. Ich baue mal hier das Eisen ab. Okay, hier unten ist nur Ritze und das war's. That means, wir gehen gleich in die andere Richtung, die ich entdeckt habe, wo es nach Lush Cave aussieht. Okay. Außer du hast einen besseren Vorschlag aktuell. Aktuell nicht, nein. Außer den Vorschlag, irgendwann wieder hier rauszugehen. Boah, freu ich mich, wenn wir da am Bauen sind. Oh, Spitzhack da. Echt so. Also, ich mache mal eine Werkbank. Spitzhack ist durch. Oh, okay. Dann brauchst du aber auch einen Ofen. Weswegen mache ich eine Werkbank? Ja. Ah, you see. Oh, ein Ofen. Oh, wait a minute. Was ist denn hier oben? Ah, hier ist nochmal Eisen. Look at me. Oh. Guck mal hier. Hier oben geht es nochmal weiter. Nice, dir, Spitzhack. Cool. Super schnell. Oh ja, da geht es nochmal weiter. Aber dann gehen wir erst da drüben hin beim Lush Ding. Echt? Ich wäre jetzt direkt hier weitergegangen. Ne, weil das da hinten geht auch ein bisschen nach oben. Okay, gut. Oh, da unten ist Lava. Achtung. Ich weiß, deswegen wollte ich da ja nicht runter. Wie ist denn deine Spitzhacken noch? Nicht mal drei Viertel abgenutzt. Warte, nicht mal drei Viertel abgenutzt? Also. Also, ich habe die gerade ja vorerst angefangen. Ist noch drei Viertel übrig. Ja, ja, deutlich mehr. Achso, okay. Über dir. Warte, guck mal hier. Sammel mal. Ah, Eisen. Naja. Okay, jetzt nicht mehr. So, guck mal hier. Wo, wie, was? Lush Cave? Sieht halt zu interessant aus, uns stehen zu lassen. Guck mal da hoch. Da oben. Da. Ja, stimmt. Das sieht nach Lush aus. Oh, das ist eins. Oh mein Gott. Wir hatten, glaube ich, noch nie einen Lush Cave gesehen. Ah, Baby Zombie. Oh Gott. Achtung, der ist runtergefallen. Alles gut. Kurz. Kommt noch mehr da. Oh mein Gott. Da kommen einige. Runter, runter, runter. Weg, weg, weg. Ich habe nur noch drei Herzen. Oh shit. Okay, du musst die angreifen. Greif sie mit an. Oh mein Gott. Scheiße. Zwei Herzen. Schnapp sie dir. Ich kann die nicht alle schnappen. Ich treff die nicht mal. Die sind zu schnell. Lauf weg. Ich habe nur zwei Herzen. Shit, jetzt haben sie auf mich abgesehen. Nein. Nicht sterben. Fuck, das ist mein Ende. Shit, ich habe gerade eine Fuckin weggehauen. Oh Gott. Fuck, ich bin down. Shit. Shit, ich werde es auch nicht schaffen. Krass. Ah, nein. Ah, nein. Ein Wurz. Die Zombies. Ah, damn. Ey, siehst du, das meine ich. Das kann so schnell gehen. Ja, scheiße. Ich bin stuck. Im Bett. Hier im Bett, stuck. Ich habe gerade wieder bei Leben gemacht. Ich komme nicht aus dem Bett raus. Ja, du stehst daneben da. Als Spectator. Ja. Gut, Leute. Das war die letzte Folge von Minecraft Duel Craft. Ja, das war nice. Hat Spaß gemacht. Und jetzt laden wir das einfach mal hoch und gucken, wie sie ankommt. Genau. Und dann gucken wir, ob wir noch eine zweite Staffel machen. Genau. Schauen wir mal. Ja, schauen wir mal. In dem Fall, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Und tschüssi. Tschüss.